Hey Kameramagier, ich habe dir eine gratis Page Turn Transition für DaVinci Resolve gebastelt, die du in alle Ecken und Enden drehen und verbiegen kannst. Natürlich hat sie auch Schatten und du kannst sie natürlich einsehen, wie auch immer du haben willst. Installation ist natürlich wie immer als drfx-File, also entweder doppelt draufklicken oder dieses drfx-File in deine Templates kopieren, indem du in Fusion gehst, durch die Effect Library aufmachst und in deine Templates gehst und dort auf die drei Punkte klickst, Show Folder und das drfx-File einfach da reinkopierst. Fertig aufs Ende, ich wünsche dir viel Spaß damit. Ciao!